Meine lieben Mangos, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WorldSugarChamps mit mir, dem MrMangoBaum. Ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, hier eine kurze Zusammenfassung. Wir haben ja eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich reingeschissen, zumindest das zweite Spiel. Da sind wir gegen Kapfenberg untergegangen. Das erste Spiel gegen Admira, würde ich sagen, haben wir uns ganz wacker geschlagen. Ja, da haben wir nur mit 3 zu 2 verloren. Also es gibt Lichtblicke, aber ich glaube, wir sollten langsam mal punkten. Und noch kurz bevor wir rein starten, zu meiner Anmerkung im letzten Video, dass es kaum Vereine gibt, die lila Vereinsdrucks haben. Und da habe ich ein paar Vereine aufgezählt. Aragon hat angemerkt, dass ich da einen Verein unterschlagen habe, nämlich Fiorentina aus Italien. Das tut mir sehr leid für alle Fiorentina-Fans. Und ich habe nochmal nachgeforscht, es gibt sogar noch einen Verein, der in Spaniens 1. Liga spielt. Real Valladolid. Das ist der Verein, wo der brasilianische Ronaldo mehr als Eigentümer ist. Vielleicht habt ihr davon mal gehört. Der hat auch lila Trikots. Aber alles in allem gibt es sehr wenig Vereine, die die Vereinsfarbe Lila haben. Wenn man das jetzt vergleicht mit Rot, Grün oder Blau, das gibt es ja zuhauf. Aber die Vereinsfarbe, die es wahrscheinlich am wenigsten gibt und die wirklich vielleicht nur einmal vorkommt, ist Braun. Das hat St. Pauli. Was irgendwie auch ein bisschen ironisch ist. Egal. Auf jeden Fall starten wir heute in unser drittes Spiel gegen Austria-Lustenau. Ich habe unsere Elf ein bisschen umgestellt. Ich habe zum Beispiel in der Verteidigung die Leute reingemacht, die die besten Zweikampfwerte haben. Und ja, sonst eigentlich gibt es nichts Wichtiges, was ich umgestellt habe. Auch zur Frage, was das denn mit dem Trikot ja auf sich hat. Weil ich habe da drauf gedrückt und ich hatte erwartet, dass die mir dann irgendwie eine Übersicht mit den Trikots zeigen. Aber wie man sieht, wo ich beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet habe, ich weiß gar nicht, ob das da funktioniert hat. Aber hier sieht man eigentlich, dass ich, wenn ich hier draufklicke, die Trikots sofort verändern kann. Hier könnten wir beide in Weiß spielen. Aber ich denke mal, wir spielen in lila-weiß und in grün. Weil ich denke mal, das sind unsere beiden Heimtrikots. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut so. Wir müssen nicht mit Auswärtstrikots spielen, da ja wir nicht dieselben Heimfarben haben. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, Lustenau. Also wir kennen den Kader von denen nicht so gut. Aber die sind schon sicherlich etwas besser als wir. Wie man den Werten sehen kann. Deren Torwart hat einen sehr schönen Vollbart übrigens. Und ich denke, wir können rein starten. Gibt sonst nichts Wichtiges zu berichten. So, es geht los. Wir haben auf jeden Fall im letzten Spiel gegen Kapfenberg eine Chance vergeben. Ich glaube, das hätte jetzt am Endergebnis nichts geändert. Aber ich denke mal, auf Weltklasse sollte man nie die erdenkliche Chance, die sich einem bietet, nutzen. Weshalb ich jetzt haargenau darauf achten werde, dass ich immer erst dann abschließe, wenn die beste Möglichkeit sich bietet. Aber ja, wir liegen jetzt auch schon 2 zu 0 zurück. Also, bisher läuft es nicht so. So. Dann müssen wir mal schauen. Versuchen wir uns hier mal mit ein bisschen hin und her passen. Uh, der war knapp. Die beste Position rauszuspielen. Okay, der würde den Schuss jetzt wahrscheinlich blocken, der Verteidiger. Ne, das ist echt. Also, ich kann, ich sehe keine gute Möglichkeit zum Schießen. Hier vielleicht. Okay, gut. Weil ich hatte gerade die ganze Zeit Angst, dass ein Spieler den Ball blocken würde, weil die sehr an mir klebten. Aber immerhin haben wir jetzt den Anschlusstreffer geschafft. So, ich habe auch noch keine Rückmeldung bekommen, falls einer weiß, ob die Taktik, die wir fahren, defensiv und normaler Druck, ob das gut ist. Dann lasst es mich wissen, ob es bessere Optionen gibt. Aber ich werde gerade ziemlich abgeschossen. Gut, hier kann ich ja wirklich nichts machen. Ähm. Gut, dann denke ich mal. Weiß ich nicht, vielleicht sollten wir umstellen. Wieder irgendwie auf einen, mit fünf Offensiven vorne drin. Ähm. So. So, Mayerufer kommt auch noch ein. Und wir spielen jetzt. normal auf hohen Druck. Mal gucken, ob das was bringt. Naja, nicht so viel. Ja gut, was unser Torwart macht. Also das waren jetzt auf jeden Fall zwei Tore, die ich hätte nicht verhindern können. Und wir hatten bisher nur eine Chance. Also so oder so hätte ich verloren. Selbst wenn ich die drei anderen Tore verhindert hätte durch Grätschen. wobei, ich glaube, ich lehme mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich hier wahrscheinlich keine der Tore hätte verhindern können. 5 zu 1, ja gut. Ich glaube, Weltklasse ist ein bisschen zu hoch. Ähm. Wie schaut's aus? Admira siegt. Die sind auf, ja, die und Ried. Genau, Ried, Admira und Lustenau. Das sind so Vereine, die vor kurzem auch Erstliga gespielt haben. St. Pölten tatsächlich auch. Die sagen mir auch was. Es gibt tatsächlich gar keine Relegation. Also unser Saisonziel, uns aus der Relegation rauszuhalten, ist irgendwie ein bisschen ja dumm. So, wie schaut's hier oben aus? Klagenfort auf der 1. Interessant. Ähm. Irgendwo muss es eigentlich Abschiedstournee in der letzten Saison für für Hulk. Oder spricht man den Hulk aus? Den Brasilianer, vielleicht kennen einige von ihm. Äh. Kennen einige von euch ihn noch? Äh. Oh cool. Da kann man richtige Zeitungsartikel lesen. Äh. Hulk oder Hulk? Ich glaube, ich nenne ihn jetzt mal Hulk. Heute aus einer Pressekonferenz hat Hulk seine Entscheidung bekannt gegeben, am Ende dieser Saison die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Der Brasilianer hat seine Dankbarkeit ausgedrückt und den Wunsch geäußert, seine letzten Momente als Fußballer zu genießen. Der 38-Jährige bereitet sich darauf vor, sein letztes Kapitel mit Atletico MG zu Beginn und dann ein neues Kapitel. in seinem Leben aufzuschlagen. Spieler hält rot nach Kitzler-Attacke auf Gegner. Interessant. Ähm. Letzte Spiele von Rakitic. Hat seine Karriere in dem Profifußball am Saisonende angekündigt. Ja, Rakitic kennen sicherlich einige von euch. Arturo Vidal gibt auch schon auf. Ähm. Dann hier Guardiol wechselt zu Tottenham. Für 34,3 Millionen. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Madrid gewinnt das Finale des Supercups. Oh, das ist cool. Schauen wir uns das hier mal durch. Koso Noo. Frenpong. Grimaldo. Ozeanien. Kommt nach Tahiti. Uh, das ist interessant. In Tahiti wird die Ozeanien-Meisterschaft ausgetragen. Aber irgendwo konnte man doch gucken, wo, äh, die anderen liegt, konnte man sich irgendwo anschauen. Also zumindest stand das in einem Update, dass man das kann. So, wir spielen gegen Admira Horn. Die haben nur zwei Punkte. Ich denke, wir versuchen mal auf normal zu spielen mit Mentalität. So. Aber wenn das Spiel verlieren, dann habe ich echt wenig Hoffnung. So lila und blau, das schließt sich auch nicht aus. Wobei, hm, na gut, das könnte, also es ist beides eine sehr dunkle Farbe. Was haben die denn als Auswärtstrikot? Weiß. Ah, die können in blau auflaufen. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die lila nicht von blau unterscheiden können. Es gibt ja sehr bekannte rot-grün-Schwäche. Äh, aber solange, ja, das lila als solches erkennbar ist und das blaue, also das passt schon. Also wenn du ganz dunkles Lila und ganz dunkles Blau hast, dann kann ich es mir vorstellen, dass es schwer wird. Ähm, aber das ist ja bei uns ja nicht der Fall. Okay, bisher läuft es gar solide, würde ich sagen. Und der Torwart ist genauso dumm wie uns. Was war das denn? Ey, der stellt sich sogar neben den Pfosten, also der macht dann sein Tor komplett frei. Das ist ja krass. Übrigens zu meiner Antwort, äh, zu meiner Antwort, zu meinem Statement, dass das unübersichtlich mit den gelben Karten ist. Ich finde es okay, dass das so angezeigt wird. Ähm, aber was cool wäre, wenn die Narben noch in den Vereinsfarben wären, weil ich weiß nicht sofort, ob das mein Spieler ist, der Gabe kassiert oder nicht. Ähm, das wäre ganz schön. So, sollen wir mal wechseln? Nee, erstmal noch nicht. Und es wäre ganz schön, weil vielleicht oben, neben, irgendwie bei den Namen der Vereine irgendwie angezeigt wird, wie viele gelbe Karten ich insgesamt schon habe. Okay, jetzt liegen wir zwei ins Hinten, das ist doof. Ich glaube, jetzt sollten wir mal wechseln. Und, holen wir mal Meihilfe rein. Weil gegen Horn können wir vielleicht ein bisschen offensiver spielen. Also das Spiel bisher lief ganz okay, bis zu dem Punkt, okay, den hätte ich haben können, aber da ist mein Teuter zum Glück aktiv. Gut, hier habe ich nichts machen können. Okay, also auf Angriff zu spielen als offensiv mit hohem Druck hat bisher noch nie was gebracht. Gut, den hätte ich haben können. Aber das, äh, spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir hatten eh nur eine Chance. 4-1, das ist krass. Ich glaube, das Spiel fokussiert sich sehr darauf, wie stark die Gegner sind, also von den Werten. Also es wird unwahrscheinlich, also wir hinken von den Werten, glaube ich, den anderen Mannschaften sehr hinterher, was das angeht. Also die Bewertung unserer Spieler. Äh, und dann würde es wahrscheinlich jedes Spiel so laufen, dass wir nicht mal aus Zufall mehr Chancen kriegen als der Gegner. Weil ich glaube, das Spiel berechnet es so, dass du mehr Chancen kriegst als der Gegner, wenn du halt bessere Stats hast. Und dann ist natürlich noch ein Zufallfaktor dabei. Aber weil die Stats so viel besser sind bei unseren Gegnern, weil wir haben ja im Durchschnitt 53 oder 54, oder halt 55, wie es hier steht. Aber der Gegner hat 60, vielleicht ist dann einfach dieser Zufallfaktor zu klein. So, gegen wen spielen wir jetzt? Gegen Leöben. Leöben ist genauso wie wir mit 0 Punkten eingestartet und das könnte unsere einzige Chance auf einen Sieg sein. 94.000 könnten wir vielleicht noch einen Spieler kaufen, weil ich glaube nicht, dass wir noch lange hier bleiben, ehrlich gesagt. Gibt es irgendein Spiel, bei dem wir kaufen könnten? Ja, einen 56er könnten wir kaufen. Und zwar in der OM, Muzic. Ich glaube, das sollten wir ergreifen, die Chance. Auch wenn er keinen guten Schusswert hat, dann können wir gleichzeitig noch einen verkaufen. Muzic, das klingt eigentlich ganz interessant. Also, dem könnten wir einen Rechtsverteidiger von Löwen kaufen, das klingt auch gut. Können den einfach die Spieler wegkaufen. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls wir jemanden kaufen sollten. So, wir spielen jetzt noch ein Spiel gegen Löwen und dann gucken wir mal, ob wir gefeuert werden. Meine These war ja, dass die einen nicht feuern, sondern, dass die einen am Ende der Saison dann entlassen, wenn man das Ziel nicht erreicht hat. Was irgendwie ganz cool ist, also auch für die Realität, dass man die Trainer mal machen lässt, Aber es gibt tatsächlich manchmal Situationen, wo der Trainer halt entlassen werden sollte. Weil manchmal klappt es halt wirklich nicht. So, Patrick Kern, Tor, Vorlage, Weiß. Apropos Trainerentlassung in der dritten Liga, ist es ja bisher schon zwei Trainer entlassen worden, nach sechs Spielen, glaube ich. Und es drohen wahrscheinlich ein paar Trainern auch bisher schon, also jetzt noch Entlassung. Na, Osnabrück hat ja, ähm, Kojinat entlassen und, ähm, Mannheim entwerben, Margot entwerben. Und, dann, äh, ist es mit der Sabrina Wittmann, die erste Frau, die ein Profiteam trainiert. Äh, die ist aktuell mit Ingolstadt nicht so erfolgreich. Deshalb könnte es sein, dass die auch bald fliegt, weil die hat ihr letztes Spiel gegen Sandhausen verloren. Und ich weiß nicht, wie 1860 München gespielt hat. Ich glaube, die spielen heute am Mittwoch. Wenn das wieder hochgeladen ist, ist das Spiel vielleicht schon gelaufen. Je nachdem, ob die das verlieren, kann es auch sein, dass der Trainer schon fliegt, weil der ist auch sehr angezählt. Also, es könnte sein, dass wir schon bald vier Trainerentlassungen haben. Ähm, obwohl wir erst sieben Spiele haben. Ja, das glaube ich, der siebte Spieltag jetzt, die dritte Liga. Das ist nämlich diese Woche eine englische Woche in der dritten Liga. Das ist aber nur in der dritten Liga so. Also, in der zweite Liga, Bundesliga, die spielen wie gewohnt am Wochenende. So, was haben wir hier? Einige sind müde. Ich denke mal, wir können Mayerhöfer und ihn hier reinbringen und ansonsten mal weiterlaufen lassen. Also, gegen Leilben läuft es ganz gut. Äh, Gott, Lechner bringen wir auch noch rein. Und Wagner. So. Dann wäre es das gewesen. Wir könnten vielleicht auch mal eine Laie ausprobieren. Für die nächste Folge kann ich mir das mal vormerken. Äh, endlich mal ein Sieg. Ähm. Wer ist eigentlich der Top-Torjäger? Das weiß ich noch nicht. Das ist Gerd Eder. Aguila ist schon ziemlich weit vorne mit dabei. Das ist cool. Und wir sind dadurch sogar vorgerückt, weil Wien auch verliert. Fürst Vienna. Interessant. Also, vielleicht sind wir doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also, wenn wir tatsächlich immer gegen Vienna und Löwen gewinnen, weil Vienna scheint ja auch nicht so stark zu sein, und die auch sonst alle Spiele verlieren, wie wir es tun, werden wir die Klasse halten. So, Austria-Klagenfurt spielt ganz gut. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, wie die aktuell performen. Ich weiß nur, dass Storm Graz ganz gut ist. Also, natürlich neben Red Bull auch. So, gegen Wolfsberg. Was ist das? Das ist auch Zweite Liga. Die sind ja echt gut. Wo stehen die? Achter. Aber die haben ja echt gute Werte. 66 Angriff. Die sind ja 10, also die haben 10 Punkte mehr. Krass. So, was haben wir hier? Neue Nachrichten. Das Stadtduell geht an St. Pölken. In einem packenden Schlagabtausch übertrumpft St. Pölken seine Rivalen Horn und sichert sich ein 1-0-Sieg. Im neuesten Duell, fünfte Runde der zweiten Liga. Das Stadtduell entwickelte sich mit Identität, Drama und Momenten purer Brillanz. Brillanz. Während St. Pölten als Sieger hervorging. Okay. Wo stehen die jetzt? St. Pölten und Horn. St. Pölten ist Dritter und Horn nur Zehnter. Gut, dann wäre es das für heute. Wir haben unseren ersten Sieg eingefahren. Ich glaube, das sollte gefeiert werden. Ihr könnt daher heute als Algorithmus Kommentar Hashtag Sieg verwenden, wenn ihr mir helfen wollt. Vielleicht ordnet dann der Algorithmus mein Video etwas weiter oben ein und es wird mehr Leuten vorgeschlagen. Aber wenn ich mir so die Aufrufzahlen ansehe, finde ich es schon erstaunlich, wie viele Leute, also für meine Verhältnisse, die Videos jetzt schauen, nachdem ich so lange inaktiv war. Aber dafür will ich mich mal ganz kurz bedanken. Und ja, dann wäre es das für heute. Schreibt mir in die Kommentare Tipps und Tricks. Vielleicht sollten wir mal eine Laie machen. Es wäre zwar eigentlich ein bisschen dumm, weil das Transferfenster ist eigentlich schon zu, weil wir sind jetzt schon im sechsten Spieltag. Aber wir können ja trotzdem mal irgendwann eine Laie probieren. Mal gucken, vielleicht können wir uns dadurch gut aufwerten, ohne viel Geld auszugeben. Ja, falls ihr vielleicht irgendeinen Spieler schon im Blick habt, weil ihr das Game so suchtet und euch schon auskennt auf dem Markt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, gerne konstruktive Kritik. Und ja, dann hoffe ich, dass das Video heute euch gefallen. Und wenn ja, dann liked gerne, ansonsten schreibt den Algorithmus-Kommentar. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.